Hallo, hallo Leute! Ja, nochmal ein Update-Video zum letzten Patch. Das ist so ein bisschen unter gegangen, nachdem wir hier riesengroße Aufregung über neue Gumbos, also nein, keine neue Gumbos, sondern über die Kaugummi-Maschine, wie oft man die hitten kann, halt riesengroße Aufregung hatten, oder zum Beispiel, dass wir jetzt Unlimited Liquid Divinium haben. Es gab noch mehrere Änderungen, wie zum Beispiel hier auf Shadows of Evil. Die Magwar-Spawns wurden geändert. Wir hatten das ja eigentlich immer, dass der Magwar alle drei Runden kam. In Koop alle drei Runden irgendwann drei Magwars, in Solo alle drei Runden ein Magwar und ja, jetzt ist es so, dass der Magwar alle fünf bis sechs Runden kommt. Genauso wie der Panzersoldat auf der Eisendrache, das wurde jetzt geändert. Wie ihr seht, ich habe den Magwar hier einmal auf Runde 10. Als nächstes Mal habe ich ihn auf Runde 16 und danach auf Runde 22. Also ich hatte sechs, sechs, sechs Runder. Er kann alle fünf bis sechs Runden kommen, so wie es aussieht. Was ich persönlich eigentlich gar nicht schlecht finde, ich mag die nicht. Gut, manche Leute haben gemeint, ach scheiße, jetzt kriege ich da kein Max-Amo mehr von oder so, aber die meisten Leute killen die ja eh mit einem Civil Protector, beziehungsweise wenn ich mir überlege, wegen was man auf der Map down geht. Das ist ja eigentlich sehr, sehr oft wegen den Magwar, weil sie einen eigentlich ein bisschen abfacken. Aber ja, wie gesagt, das ist ein neues Update und ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Ich dachte mal, ich mache ein kleines Infovideo dazu, denn wie gesagt, mit dem ganzen anderen Sachen wegen Kaugumms und Liquid DeVinion ist es ein bisschen untergegangen und ich habe es erst auch gar nicht mitbekommen, bis mich jemand auf Twitter drauf hingewiesen hat. Und dann habe ich mal angefangen, hier Shadows zu spielen und dachte mir, ich probiere es jetzt mal aus. Ich persönlich finde den Patch gut. Ich mag es, dass es jetzt nur alle fünf bis sechs Runden ist und nicht alle drei Runden. Ja, mal gucken, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall wünsche ich euch, ja, wie immer einen schönen Tag. Lasst mir bitte ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ich versuche ja, wie ihr wisst, mein YouTube gerade ein bisschen hoch zu pushen. Ich, ja, sobald es neue Neuigkeiten gibt, seht ihr die wie immer auf meinem Kanal. Ansonsten auf meinem Twitch oder wenn ich nicht streame, streamt mein Ehemann Oxygen for the Win. Also dementsprechend bis dann und ciao, Leute.